Die nächsten auf der Bühne hier, die spielen jetzt auch mit Ihnen das durch, was im Haus die Strukturen verbessert hat. Ich darf auf der Bühne begrüßen Michael Eisenberger und Dr. Christian Pizera. Sie dürfen gleich die Bühne übernehmen. Der Applaus ist Ihnen schon sicher? Frau Eisenberger ist seit über zehn Jahren im OP-Diplom-Krankenpflegerin, stellvertretende OP-Koordinatorin und der Dr. Pizera, Notarzt, Simulationstrainer und auch Leiter des Fortbildungszentrums und ich nehme an, Sie kennen ihn schon, damit wissen Sie auch, was sie jetzt erwartet auf der Bühne, denn welche Effekte hat dieses Training? Das werden die beiden jetzt veranschaulichen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also wie ich gehört habe, jetzt habe ich endlich einen guten Grund, zu meiner Frau zu gehen und zu sagen, Schatz, ich muss halt mit der Playstation spielen, ich muss nämlich eine bessere Chirurg werden, als ich eh schon bin. Man sieht, man lernt nie aus. Meine Kollegin, die Michaela Eisenberger und ich dürfen Ihnen jetzt ein bisschen darüber Bericht erstatten, was Simulation bei uns im Krankenhaus Elisabeth innen bringt. Und wie jeder gute Chirurg bereite ich mich natürlich für den Vortrag vor und mache was? Ich mache Wikipedia auf und schaue mal nach, worüber rede ich denn eigentlich genau? Und habe Prozessoptimierung eingegeben und gesehen, ah ja, das dient in Organisationen, dazu die Effizienz und die Effektivität bestehender Geschäftsproduktion und Entwicklungsprozesse sowie den Einsatz der hierfür benötigten Ressourcen kontinuierlich zu verbessern. Das ist für einen Chirurgen jetzt ein bisschen schwierig, aber okay, ja. Das habe ich mir gedacht, Prozessoptimierung, nicht ganz so leicht verständlich, aber bei einem kenne ich mich aus, Simulation. Habe ich im Internet nachgeschaut und bin draufgenommen, auch unter Simulation kann unterschiedliches verstanden werden. Hier zum Beispiel sieht man das Training der italienischen Nationalmannschaft. Sie bilden halt ihre eigene Realität ab. Hat mir auch ganz gut gefallen. Ja, doch, doch, nicht so schlecht. Und dann bin ich natürlich wieder bei Wikipedia hängen geblieben und endlich etwas, mit dem ich sehr gut umgehen kann, ein einfacher Satz. Bei der Simulation werden Experimente an einem Modell durchgeführt, um Erkenntnisse über das reale System zu gewinnen. Und das ist es wirklich. Jetzt kommen wir zur Prozessoptimierung im Krankenhaus. Das ist bei Ihnen Graz. Sie sehen, es kommt ein bisschen hoch. Wie war das bei uns? Es war geplant, an den Wochenenden die OB-Pflegeassistenten und den OB-Pflegeassistenten vom Volldienst in den Bereitschaftsdienst zu setzen. Die mussten in 30 Minuten da sein. Das war ja nicht nur so optimal, natürlich, die Belegschau. Das war doch nett, zu den Arbeitskraft. Also, es gab, es war die Pflegeassistentin und der Pflegeassistenten, es gab die Bösen. Es war die Entscheidung, diese zu reduzieren. Und dann kamen wir ins Spiel, wie hässlich, die Simulanten. Das heißt, man kann sagen, der Start der Simulation im Krankenhaus bei diesem Beginn war nicht unbedingt das, was man einen Headstart als einen Headstart bezeichnen könnte. Es war ein bisschen schlingerig, aber im Endeffekt haben wir dann so gewisse Schlagworte an den Kopf geworfen bekommen, wie das ist ja ein Zwang, das ist aufoktroyiert. Ziemlich ein Krampf während der Arbeitszeit. Dürfen wir das auch noch machen? Eigentlich ist das ein Unsinn. Wir wissen eh, dass es anders viel besser ist. Das heißt, ganz ehrlich gesagt, muss man schon sagen, anfangs war so dieser Simulationszugang in der Belegschaft ein klein wenig negativ. Nicht ganz unverständlicherweise. Aber über welches Projekt spreche ich jetzt eigentlich? Der Projekthintergrund war eben, dass es Notfallsituationen im operativen Bereich außerhalb der Regeldienstzeit gibt. Und das ist eine große Herausforderung für das gesamte Team. Und was wir wussten war, Verhalten in Notfällen kann man trainieren. Das ist jetzt nichts ganz Neiges, aber wenn man es einführt, doch was Neiges. Es gibt gewisse Risiken, die in einem Krankenhaus auftreten. Wir bei den Elisabethinern haben uns diese risikobehafteten möglichen Notfälle angeschaut und haben gesagt, im Endeffekt gibt es bei uns zwei wirklich akute Fälle, in denen man schnell reagieren muss. Das ist einerseits die postoperative Nachblutung, wir sind ein operatives Haus, und der schwierige Atemweg. Man hat eine Risikomatrix erstellt. Das, was da so schön farbenfroh aussieht, bedeutet einfach nur in diesem roten Bereich da herum, da ist nicht gar so gut. Da herunten macht es kein Problem. Wir haben uns angeschaut, die Schnittstellen, den Umgang mit dem Equipment, die Rollenverteilung und die Ressourcen. Sie sehen, vor der Simulation war das alles in einem, sagen wir, nicht ganz unriskanten Bereich. Das ist noch der alte OP. So hat das begonnen. Da war eben die Entscheidung, man muss schauen, wie kommt man über diese erste halbe Stunde, bis die Pflege- oder die OP-Assistentin oder der OP-Assistent im Haus ist drüber. Es wurde damals noch mit einem etwas anderen Equipment gearbeitet. Man sieht hier zum Beispiel im Hintergrund die großartige Leinwand. Patientenzimmer 302, Leintuch war das, glaube ich. Das heißt, es war professionell, aber es ging noch professioneller. Aber was hat es damals schon gebracht? Man hat wahnsinnig viele Schnittstellen gefunden, wo Verbesserungspotenzial ist. Und diese Verbesserungspotenziale haben nicht diejenigen gefunden, die die Simulation durchgeführt haben. Wir haben es gemütlich gehabt, wir sind hinten gesessen, haben ein bisschen Puppen gespürt und geschaut, was die anderen machen. Nein, die Verbesserungspotenziale sind immer von den Teilnehmern gekommen. Ein Beispiel, Schnittstelle Einschleusung des Patienten. In der Notfallsituation hat man dort wenig Personalressource, weil diese eine Person diese halbe Stunde später erst kommt. Was kann man machen? Das Stationspersonal in den Prozess des Einschleusens integrieren. Klingt völlig logisch. Ist es auch. Muss aber erst einmal simuliert werden, damit man es im Notfall dann auch wirklich macht? Der Umgang mit dem Equipment. Ein sehr schönes Thema. Im Notfall-OP war es anfangs so, dass es nicht nur ein Kisterl gegeben hat, wo man für den Notfall alles gleich drinnen hat, sondern es war alles irgendwo. Irgendwo, also für mich, Chirurgen, wo es irgendwo, für die, die dort gearbeitet haben, die haben es ganz genau gewusst, aber die haben selber gesagt, pass auf, wenn wirklich ein Notfall ist und ich wenig Zeit habe, warum gibt es nicht eine Kisterl? Und da ist das drinnen, was wirklich notwendig ist. Das heißt, wir haben gewisse Prozessabläufe auch mit Checklisten standardisieren können, also wir alle gemeinsam. Und anderes Personal ist auf Gerätschaften eingeschult worden. Als Beispiel die Anästhesiepflege auf den Kauter. Ich meine, das ist jetzt nicht so großartig schwierig, denkt man sich, dass man da ein Steckerl ansteckt und einmal irgendwo drauf klickt und einschaltet. Wenn man das vorher noch nie gemacht hat und das erste Mal im Notfall machen muss, wo man vielleicht auch schon ein bisschen aufgeregt ist, weil der Patient halt, wie wir schon vorher gehört haben, ein bisschen blauer ist als im Normalfall, dann kann das durchaus zu einem Problem führen. Ungeklärte Zuständigkeiten und Rollenverteilungen. Die Team-Leader-Funktion war nicht klar. Unterlassenes Team-Timeout in Notfallsituationen. Das Team-Timeout ist ja aus der Simulation entstanden, wird vor jeder Operation durchgeführt und im Notfall denkt man sich, komm, hallo, der 15 Sekunden Team-Timeout, der kann ich mir sparen, weil jetzt geht es ans Eingemachte. Ich war selbst Mitspieler in dieser Simulation, habe gesagt, das Team-Timeout, auf das können wir pfeifen. 15 Sekunden später habe ich keinen Sauger am Tisch gehabt, den ich gebraucht hätte, um jetzt das Blut aus dem Atomen abzusaugen. Das ist noch einmal gespielt worden, man hat das Team-Timeout gemacht, die OP-Pflege hat gesagt, Sauger ist noch nicht angesteckt. Man hat ungefähr 4,5 Sekunden gewartet und hat sich damit sehr, sehr viel Zeit erspart. Das heißt, wie wichtig das ist, hat man in der Simulation erkannt. Auch ungeklärte Assistenzleistungen in den ersten 30 Minuten, da zum Beispiel der Operateur, der im Notfall hineinkommt und gewaschen ist. Oft ist es so, der steht dann gewaschen da, während vorbereitet wird, weil er natürlich wartet, dass er nicht dazu kommt. Dass er aber eigentlich 5 Minuten so da steht und nichts mehr tun kann, weil er sich die Hände schon steril gewaschen hat, erkennt man dann in der Simulation. Und dann sieht einer, der von außen zuschaut, der steht 5 Minuten da. Der hat 3 Minuten vorher noch Zeit, dass er zum Beispiel den unsterilen Beidienst macht. Das heißt, das sind alles Verbesserungspotenziale, die man auch dann wirklich umgesetzt hat. Die limitierte Personalressource im Notfall ist gegeben. Wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, dass wenn eine Person mehr da ist, alles leichter geht. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn sie nicht da ist, muss man sich Möglichkeiten erarbeiten, dass man bis zum Eintreffen derselben diese Situation trotzdem gut beherrscht. Was man auch noch gesehen hat, sind zum Beispiel die Unterstützung beim Einschließen durch das Stationspersonal, das haben wir gleich ganz am Anfang gesehen, aber auch, dass der Operateur die Rolle des unsterilen Beidienstes nimmt und für das jeweilige Notfallszenarium im Vorfall diese fächerübergreifende Assistenzleistung festgelegt wird. Das heißt, dass man dann, wie gesagt, schon weiß, es ist dort der Anästhesist, es ist dort der Operateur, es ist die Pflege, wer welchen Teil im Notfall übernimmt. Das sind Sachen, die im Notfall hin und wieder chaotisch werden können, einfach deshalb, weil jeder sofort helfen möchte, aber hin und wieder ist es wichtig, dass man nicht direkt am Patienten ist, sondern die Vorbereitungen dafür macht. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Nachdem wir simuliert haben, haben wir diese Risikomatrix noch einmal ausgewertet, also noch einmal dieselben Fragen gestellt und, was hat man bemerkt, die Teilnehmer, also das ist jetzt da nicht eine erfundene Matrix der Simulationsleiter, wie wir sie gerne hätten, sondern die Teilnehmer selbst haben nach der Simulation gesagt, dass dieses Potenzial des Risikos deutlich vermindert wurde in ihren Augen. Wir haben es dann sogar gewagt, einen Feedbackbogen auszuteilen und wie man sieht, sind da die Rückmeldungen extrem positiv gewesen. Das heißt, man hat überwiegend es positiv empfunden, obwohl der Starter-Simulation, wie gesagt, nicht unbedingt eine Gmatte-Wiesn war, wie es der Steirer sagt. Wie man das dann gesehen hat, war der Blick in etwa ein solcher. Warum? Weil ich persönlich habe mir schon gedacht, ganz ehrlich, ich habe da jetzt gerade mit Leuten gearbeitet, bei denen eine verpflichtende Teilnahme gegeben war. Bei einem mäßig motivierenden Anlass, würde ich jetzt einmal sagen. in einer völlig unbekannten Situation. Und die haben es wirklich durch reine intrinsische Motivation geschafft, das zu einem vollen Erfolg zu machen. Das heißt, die Teilnehmer sind drinnen gewesen und haben gewusst, wir können jetzt jammern, so viel wir wollen. Wir müssen jetzt die Situation für den Patienten verbessern. Und genau das ist passiert. Da ist die Expertise jedes Einzelnen und jeder Einzelnen eingeflossen und hat wirklich dazu geführt, dass man eine deutliche Sicherheit für den Patienten zustande gebracht hat. Aber wie schaut es heute aus? Dazu darf ich jetzt übergeben an die Michi. Ich darf Ihnen jetzt erzählen, wie das Simulationsszenarium bei uns im Hause erstellt werden, beziehungsweise wie die Durchführung des Simulationstrainings passiert. Wir haben hier eine methodische Vorgehensweise, die immer nach diesem gleichen Schema abläuft. Das ist ein Siebenstufen-Schema. Zunächst wird das Problemfeld definiert. Dieses passiert in einer moderierten, interdisziplinären Arbeitsgruppe. Hier wird überlegt, seitens der Mitarbeiter, was möchten sie gerne trainieren. Aber es können auch Ziersfälle berücksichtigt werden. Dies muss dann eben im Vorfeld mit den Vorgesetzten genau abgesprochen werden. Wichtig ist bei der Erstellung des Problemfeldes, bei der Definition, dass es sich hierbei wirklich um ein realistisches Problemfeld handelt, also um realistische Notfälle. Bei der Erstellung von den Simulationsszenarien, die werden mittels Drehbuch eben unterstützt, also es handelt sich hierbei darum, dass dieses Drehbuch dem Instruktor als Leitfaden dient. Es ist der zu erwartende Weg im Prinzip schon im Vorfeld in dieser interdisziplinärischen Arbeitsgruppe mit den Mitarbeitern und auch zusammen mit den Vorgesetzten überlegt worden, wie werden die Mitarbeiter reagieren. In weiterer Folge, wie wird die Puppe bei dem Szenarium dabei dann reagieren. Dadurch, dass dieses Drehbuch auch ein Leitfaden für den Instruktor ist, ist dadurch nachher auch gewährleistet, dass die Simulationsszenarien immer nach diesem Prinzip ablaufen und dass auch die Messbarkeit und Vergleichbarkeit gegeben ist. In weiterer Folge werden dann die Erfolgskriterien und Messparameter in dieser Arbeitsgruppe festgelegt. Das bedeutet, dass man hier ganz gezielt Parameter festlegt, beispielsweise Zeitpunkte, die es zu erreichen gilt. Es werden Zeitpunkte gemessen, beispielsweise vom Auflegen des Patienten, wie lange dauert es bis dann der Schnitt erfolgt, auch bis wichtige Entscheidungen getroffen sind, wann wird die Trachyotomie, die notwendig ist, durchgeführt, wann werden alternative Zugänge gelegt. Das sind Parameter, die alle im Vorfeld festgelegt werden. Das Simulationstraining wird dann nach folgenden Kriterien durchgeführt. Sind die oberen drei Punkte soweit definiert, erfolgt die Simulation direkt vor Ort mit den Mitarbeitern unter einer Videodokumentation. Und anschließend an jeden Simulationszyklus haben wir ein sogenanntes Debriefing, mit dem wir eben die Optimierungsmaßnahmen für den nächsten Simulationszyklus festlegen können. Dahingehend die beiden Punkte hat der Herr Welde schon in seinem Vortrag angesprochen und Sie werden das dann heute noch im Laufe des Livestreamings dann sehen. Dahingehend wird dann noch einmal der Simulationszyklus mit dem optimierten Prozessablauf eben durchgeführt. Es werden dann gegebenenfalls Erstellungen von notwendigen Unterlagen, wie zum Beispiel Checklisten, erarbeitet. Anschließend werden diese optimierten Prozessschritte nochmals trainiert. Wieder unter diesen Voraussetzungen, wie wir es oben gehabt haben, Videoassistenz mit Debriefing. Und wenn es notwendig sein sollte, eben noch einmal mit einem persönlichen Coaching. Was wird bei uns im Haus simuliert und wo simulieren wir? Wir simulieren in allen Hochrisikobereichen in unserem Haus. Das ist einerseits im Citral-OP haben wir Beispiele jetzt angeführt, die wir heuer schon gehabt haben. Das ist einerseits die Brotung, auch Notfallstrachetomien. Auf der Intensivstation haben wir einen Kreislaufstillstand, beispielsweise simuliert septischen Patientenrhythmusstörungen. In der Radiologie haben wir auch einen Kreislaufstillstand im CD simuliert, Anaphyloxie in der Durchleuchtung und in der Endoskopie den Atemstillaspiration. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum die Station und die Ambulanz ebenfalls auf dieser Folie angeführt sind, das ist dahingehend, weil wir auch in diesen Bereichen simulieren, weil das in erster Linie dazu dient, dass wir unser medizinisches Notfallsteam trainieren. Das medizinische Notfallsteam wird beispielsweise im Rahmen des Herzalarms, der ausgelöst wird, auf die Station gerufen, besteht aus dem Internisten, aus dem Anästhesisten, aus einer Pflegeperson der Anästhesie und der Pflegeperson der Intensivstation und dem diensthabenden HNO-Facharzt, diensthabenden Chirurgiefacharzt. Diese kommen dann direkt vor Ort, können direkt auf der Station dann den Notfall trainieren und zusätzlich hat es dann auch noch den positiven Nebeneffekt, dass die Mitarbeiter auf der Station dann auch von diesem Training profitieren können. Solche Notfall-Szenarien werden dann wirklich bereichsspezifische Notfälle, beispielsweise in der Ambulanz auch, die man gut trainieren kann. Und Sie sehen hier eine Übersicht, eine Darstellung, wie wir im Vorfeld solche Simulationstrainings planen. Das wird alles auf einem Kalender mit genauem Datum, in welchem Bereich wann welches Training stattfindet, vorgegeben. Und wir haben ungefähr 20 Simulationstrainings pro Jahr, die in allem im Vorfeld festgelegt werden, weil es auch darum geht, in welchem Bereich simuliert werden, welche Mitarbeiter benötigen wir hierfür, welche Bereiche müssen eventuell gesperrt werden. Beispielsweise, wenn wir im OP simulieren, kann es sein, dass der OP, der 4-OP, dahingehend gesperrt werden muss. Weil wir dort eben das Training durchführen. Jetzt möchte ich Ihnen einige Impressionen noch vorstellen. Wie gesagt haben wir auch in der Diagnostik-Simulationstraining, die wir durchführen, hier ist das Beispiel der Aspiration bei einer ERCB. Wir haben uns hier eben angeschaut, insbesondere eine Narkoseeinleitung, die akut vorgenommen werden musste und eben auch die Zusammenarbeit von diesem medizinischen Notfallsteam, was ich Ihnen vorher kurz vorgestellt habe. Im CD wurde ein Kreislaufstillstand von einem internistischen Patienten simuliert. Wir haben uns hier im Vorfeld angeschaut, also wie das Team direkt vor Ort, das mit diesem Patienten zu tun gehabt hat, auf die Situation reagiert, bis das Notfallsteam dann eingetroffen ist und wie hat die Zusammenarbeit des Notfallsteams dann funktioniert. Das sehen Sie hier. Was Sie auf der Seite gut sehen können, ist die beiden Herrschaften im linken Bereich. Das ist der Facharzt der Chirurgie und der Facharzt der HNO. Die sind in diesem Beispiel als stille Reserven eher aus dem Notfall etwas abseits stehend, können dahingehend aber genutzt werden, sollte es die Situation erfordern. Auch in der Endoskopie haben wir ein Simulationstraining durchgeführt. Einen Kreislaufstillstand während einer Gastroskopie ist dadurch entstanden, dass es im Szenarium zu einer Überdosierung von Propofol gekommen ist. Was wir dahingehend bei dem Training festgestellt haben, war, dass bis zu diesem Zeitpunkt des Trainings der Beatmungsbeutel im Notfallswagen gelagert war, was natürlich bei der Versorgung dieses Patienten zu einem Zeitverlust geführt hat. Dahingehend wurde die Entscheidung getroffen, dass der Beatmungsbeutel zukünftig bei allen Liegen bei den Patienten direkt verankert werden, dass die sofort griffbereit sind. Wir haben das Simulationstraining auch in unserer Umbauphase vom Operationssaal genutzt. Also wie das OB-Zentrum umgebaut wurde, mussten wir zwischenzeitlich in einen anderen Bereich des Krankenhauses übersiedeln. Und wir haben dann die Operationen in einem Container durchgeführt. Und dahingehend haben wir uns das auch zunutze gemacht, dass wir Tonsillennachblutungen simulieren, wo wir auch dann die Mitarbeiter gezielt auf die neuen Strukturen und die neuen Prozesse eben vorbereiten konnten. Ebenfalls im Container wurde die Milztruktur simuliert, mit der Besonderheit, dass zu diesem Zeitpunkt, wo der Patient in der Schleuse eintrifft, kein freier OP vorhanden ist. Dazu muss man wissen, dass wir in der Umbauphase, in dieser Containerphase, nur mehr drei OPs zur Verfügung hatten. Im alten OP-Zentrum waren wir uns gewohnt, dass wir mit sechs Tischen arbeiten konnten. Dahingehend war das durchaus realistisch, dass wenn ein massiver Notfall kommt, dass zu dem Zeitpunkt kein Tisch frei ist. Und dass es in diesem Szenarium, wo das vorgegeben, in etwa 15 bis 20 Minuten dauert, bis der nächste Tisch frei wird. Da wurde die Entscheidung getroffen, den Patienten im Einleitraum zu versorgen, solange bis eben ein OP frei wird. Also wurde im Einleitraum operiert. Und da ist es ganz interessant, dass hier sich während des Szenariums eine Situation entwickelt hat, eine Idee, die direkt von dem Mitarbeiter selber entstanden ist. Und zwar hat sich der Operateur der Chirurgie das Equipment von der HNO ausgeborgt. Das ist die Stirnlampe, die sich dann aufgesetzt hat. Aus dem Grund, weil in diesem Einleitbereich keine OP-Lampe montiert ist. Und dahingehend die Sicht nicht ausgereicht hätte. Ist eben von den Mitarbeitern selbst gekommen, wurde im Vorfeld nicht festgelegt. Bleibt noch zum Abschluss zu sagen, also was bringt jetzt eigentlich das Simulationstraining wirklich? Professionalisierung der Arbeit im Team. Aus der Simulation entstehen praxisdaugliche Regelwerke. Das haben wir schon gehört. Checklisten. Sicherheit des Handelns steigt auch bei unerfahrenen Teammitgliedern. Verbessert das Ressourcenmanagement in Notfallsituationen. Und die Kommunikationsdisziplin steigt. Limitationen. Es kann natürlich nur dann wirklich funktionieren, wenn alle Mitarbeiter sich dahingehend entwickelt haben, dass sie das Feedback, was bei diesen Debriefings stattfindet, dass die das auch gut annehmen können. Das werden Sie heute im Nachmittag dann auch noch sehen, wie das genau von starten geht. Also schlussendlich gibt es noch zu sagen, es steigert nicht nur die Sicherheit der Mitarbeiter, sondern eben vor allem die Patientensicherheit im Notfall. Danke für die Aufmerksamkeit.